Großer Bahnhof am 15. April im erzgebirgischen Oelsnitz. Für ein Pre-Opening der Landesgartenschau 2015 waren zahlreiche Pressevertreter an das ehemalige Bahngelände der Bergbaustadt gekommen, um sich rund eine Woche vor Eröffnung ein Bild von den Anlagen und dem Geschaffenen zu machen. Allein 4000 Quadratmeter bunte Beete mit Frühjahrs- und Sommerblumen erwartet die Besucher. Dazu Gehölze, 16 wechselnde Ausstellungen in der Blumenhalle, Steingärten, eine Teichlandschaft, Kulturveranstaltungen und vieles mehr. Ein Höhepunkt ist auch ein neu entstandenes Gradierwerk, das die Luft mit Salz aus der Bergbausole anreichert. Mehr zur Landesgartenschau sehen Sie in ErzTV das Magazin und auch in der nächsten Ausgabe von Moment mal Kultur im Erzgebirge.